Zahnaufhellung ist eine beliebte Methode, um gelbe und werferRBTZ-Ani aufzuhellen und ein strahlendes Latschellen zu erhalten. Nachdem Sie eine Zahnaufhellungsbehandlung durch Gefahr 1 Viertel HRT haben, ist es wichtig, die Ergebnisse zu erhalten und zu pflegen, um sicherzustellen, dass Ihr Latschellen jahrelang strahlend bleibt. In diesem Video werden wir einige Tipps und Tricks besprechen, wie Sie die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht erhalten kann. 1. Regelmarige Reinigung und Pflege Eine gute Mundhygiene ist der Schla 1 Viertel SSL, um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung zu erhalten. BA 1 Viertel lassen Sie Ihre Zahnaufhellung mindestens zweimal taglich und verwenden Sie Zahnseide, um Plagg- und Werffarbungen zu entfernen. Verwenden Sie auch eine fluoridhaltige Zahnpasta, um die Gesundheit Ihrer Zahnaufhellung zu erhalten. 2. Vermeiden von werfarenten Lebensmitteln und G3-Kin Ein wichtiger Aspekt der Erhaltung der Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung ist die Vermeidung von werfarenten Lebensmitteln und G3-Kin. Kaffee, Tee, Rotwein, Cola und dunkle Beeren kann Ihnen dazu FA 1 Viertel rennen, dass sich Ihre Z-Ani erneut werfarben. 3. Versuchen Sie, den Konsum dieser Lebensmittel zu reduzieren und wenn maglich, nach dem Verzehr GAA 1 Viertel endlich den Mund zu Spa 1 Viertel LEN. 3. Professionelle Reinigung beim Zahnarzt Regelma-Eige Besuche beim Zahnarzt sind entscheidend, um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung lange Zeit zu erhalten. 4. Lassen Sie sich regelma-eig professionell die Z-Ani reinigen, um hartnackige Werfarbungen zu entfernen und Ihre Z-Ani gesund zu halten. 4. Verwendung von Weidening-Produkten Um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten, kann Ihnen spezielle Weidening-Produkte wie Weidening-Zahnpasten, Gilly und Streifen verwenden. Diese Produkte helfen dabei, Ihre Z-Ani aufzuhellen und Werfarbungen vorzubeugen. 5. Achten Sie jedoch darauf, nur von Ihrem Zahnarzt empfohlene Produkte zu verwenden, um Schadden an Ihren Z-Ani zu vermeiden. 5. Vermeiden von Rauchen Rauchen ist nicht nur schadlich FA 1 Viertel eher Ihre Gesundheit, sondern kann auch zu gelben und Werfarb-TNZ-Ani-Fa 1 Viertel REN. Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht erhalten, match denn, sollten Sie das Rauchen aufgeben oder zumindest den Konsum von Tabakprodukten reduzieren. 6. Ausreichende Fla 1 Viertel-Sickheitszufuhr Eine ausreichende Fla 1 Viertel-Sickheitszufuhr ist wichtig, um die Gesundheit Ihrer Z-Ani zu erhalten und Werfarbungen vorzubeugen. 7. Trinken Sie ausreichend Wasser, um die Bildung von Plak zu reduzieren und Ihre Z-Ani sauber und gesund zu halten. 7. Gesunde Ernährung Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur gut FA 1 Viertel eher Ihre allgemeine Gesundheit, sondern auch FA 1 Viertel eher Ihre Zahngesundheit. Essen Sie eine Vielzahl von nahrstoffreichen Lebensmitteln wie Obst, GEMA 1 Viertel SE, Vollkornprodukte und mageres Eiweiei, um Ihre Z-Ani stark und gesund zu halten. Fazit Die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten erfordert Engagement und Pflege, aber es lohnt sich, um ein strahlendes Latschellen zu erhalten. Indem Sie die oben genannten Tipps und Tricks befolgen, kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihr Latschellen jahrelang strahlend bleibt und Sie das Selbstvertrauen haben, das Sie verdienen. Denken Sie daran, regelmaillige Besuche beim Zahnarzt sind unerlasslich, um Ihre Zahngesundheit zu A 1 Viertel bei Wachen und eventuelle Probleme FA 1 Viertel zeitig zu erkennen. Zahnarzt 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 Zahnarzt